Nach der Bekanntgabe, dass Christian Streich im kommenden Sommer als Cheftrainer des SC Freiburg aufhören wird, wurde nun, wie bereits angekündigt, zeitnah sein Nachfolger bekannt gegeben und es ist kein geringerer als Julian Schuster. Und das ist, soviel schon mal vorneweg, definitiv eine gewagte Entscheidung. Schuster kam als Spieler zur Saison 2008-09 zum SC Freiburg und bestritt in den folgenden 10 Jahren 242 Pflichtspiele im Freiburger Trikot. 2011-12 wurde er bereits zum Kapitän der Mannschaft gewählt und war das dann auch jede Saison, bis er 2018 seine Spielerkarriere beendet hat. Durch seine langjährige Zeit als Spieler beim Sportclub und die Konstanz im Verein, die einige Spieler auch aufweisen, die extrem lange dort sind, hat er tatsächlich mit neun Spielern aus dem aktuellen Kader noch zusammengespielt. Mit Philipp Lienhardt, Matthias Ginter, Manuel Gulde, Christian Günther, Lukas Kübler, Nikolas Höfler, Vincenzo Grifo, Maxi Philipp und dann teilweise auch noch mit Lukas Höhler. Also allein das ist schon mal, was das Verhältnis zu den Spielern angeht, extrem wichtig. Nach dem Karriereende hat er ja überhaupt keine Pause gemacht, hat direkt weitergearbeitet und zwar auch im Verein als Verbindungstrainer. Das ist so eine Art neue Besetzung, die man damals dann für ihn erfunden hat. Ist so eine Rolle zwischen den Profis und der Jugend. Also er hat halt eben seit 2018 bis auch noch zum Ende dieser Saison die jungen Spieler betreut, die so ein bisschen zwischen Profis, zweiter Mannschaft oder je nachdem auch A-Jugend pendeln. Okay, das ist jetzt eher weniger der Fall, aber auch da schaut er auf jeden Fall vorbei. Kennt dann auch in Zukunft die Spieler, die aus der Jugend noch hochkommen werden, bestens. Zudem hat er jetzt zu einigen Spielern einen echt guten Draht, die er tagtäglich betreut hat, die eben von Streich mittlerweile schon an die erste Mannschaft herangeführt werden. Und dann unter Schuster den nächsten Schritt gehen müssen, zum Stammspieler zu werden. Darunter fallen unter anderem Atubolu, okay, der spielt jetzt schon Stamm. Dazu Kenneth Schmidt, Max Rosenfelder, Makengo, Sildilia auch noch mehr oder weniger. Ein Merlin Röhl auf jeden Fall, Noah Weishaupt fällt da auch definitiv drunter. Und auch Junior Adamu, der zwar nicht aus der eigenen Jugend kam, aber schon eine schwere Zeit hatte und definitiv auch mit Schuster immer wieder Gespräche geführt hat. Hat ja auch teilweise dann in der zweiten Mannschaft gespielt. Also auch da kann ich mir vorstellen, dass er dann nächste Saison auf jeden Fall bessere Leistungen wie diese zeigt, was auch nicht schwer ist. Aber mal schauen, vielleicht lohnt sich der Transfer doch noch irgendwann. Schuster war zudem zuletzt auch mal als Co-Trainer der ersten Mannschaft tätig. War unter anderem auch zuständig für die Gegneranalyse in der Europa League, wo es ja definitiv gut lief. Das kann man nicht bestreiten. Und wenn er das auch auf die Bundesliga übertragen kann, dann wäre das auf jeden Fall schön zu sehen. Der mittlerweile 38-Jährige hat in diesem Jahr den höchsten Trainerlehrgang im deutschen Fußball, also die UEFA Pro-Lizenz, erfolgreich absolviert. Kann dementsprechend ab sofort als Cheftrainer tätig werden und wird es, wie gesagt, ab kommendem Sommer auch werden. Ich persönlich habe ja auch schon in der Reaction zum Streichabschied gesagt, dass ich eigentlich Thomas Stamm als Nachfolger möchte, also den Trainer der zweiten Mannschaft. Habe mich jetzt mittlerweile damit abgefunden, dass es Schuster wird. Viele feiern das extrem. Ich persönlich sehe es halt schon so ein bisschen kritisch, denn ich verstehe nicht, dass man so ein Risiko eingeht. Denn er hat, wie ich jetzt besprochen habe, bisher nur als Verbindungstrainer oder teilweise auch als Co-Trainer gearbeitet, aber noch nie als Cheftrainer. Also er war noch nie alleine verantwortlich für eine Mannschaft, sei es im Profi oder vor allem auch im Jugendbereich, wo er das noch nicht getan hat und keinerlei Erfahrungen darin hat. Das ist immer ein Risiko. Es muss nicht heißen, dass es nicht klappen kann, aber die Gefahr besteht auf jeden Fall und dass man das Risiko eingeht, finde ich ein bisschen überraschend. Andererseits ist es auch der Freiburger Weg, auf die eigenen Talente zu setzen, in dem Fall ein Trainertalent, was er hoffentlich ist und dann eben auch gute Leistungen über mehrere Jahre hinweg zeigen kann. Würde mich auf jeden Fall freuen. Also ich habe jetzt auch extrem Bock darauf, das zu sehen, wie er sich macht. Einfach mal was Neues. Nach so vielen Jahren, Christian Streich, wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein. Ob es jetzt klappen wird, einfach mal schauen. Und ich finde die Besetzung allemal besser, wie einen externen Trainer zu holen. Einfach weil Schuster die Strukturen im Verein kennt, die Mitarbeiter. Klar, manchmal wäre so ein bisschen was von außen auch nochmal besser. Aber man hat ja jetzt auch einen neuen Co-Trainer vorgestellt, mit der Bekanntgabe, dass Schuster Cheftrainer wird, nämlich Patrick Rohlimund. Der stößt als Co-Trainer zum Team hinzu, da ja auch Co-Trainer Patrick Bayer den Verein im Sommer verlassen wird. Dementsprechend hat man die Rolle jetzt auch besetzt. Mit 43 Jahren ist Rohlimund auch nochmal ein bisschen jünger. Also man verjüngt das Trainerteam auf jeden Fall, bringt zudem noch einen von außen rein, was auch nie schaden kann. Mehr zu seiner Expertise und zu seiner Qualität kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber muss man auch einfach mal schauen, ist ohnehin immer schwer zu beurteilen, was für einen Anteil am Erfolg jetzt ein Co-Trainer hat. Ansonsten bleibt es auf jeden Fall bestehen. Und das ist auf jeden Fall auch wichtig für Schuster, dass er da noch andere im Verein Erfahrene wie einen Lars Frostler an seiner Seite hat, die ihm auf jeden Fall viel helfen werden. Alles in allem, wie gesagt, auf jeden Fall eine sehr riskante, aber auch typische Entscheidung für den Verein, für den Sportclub. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Lasst mir gerne ein Like oder Abo da, wenn es euch gefallen hat und ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!